So, da sind wir wieder zurück zu Saints Row. Ja, ich weiß, die letzte Aufnahme war im Tag, jetzt sind wir bei Nacht. Nicht wundern. Wir machen weiter. Aufträge. Wir brauchen Geld. Wir brauchen Rache. Ich würde einfach mit ihr weitermachen, weil im letzten Part hat man ja gesehen, das Auto wurde mehr oder weniger verschrottet. Deswegen wollen wir uns mal da so ein bisschen... Ich seh jetzt gerade erst, das ist ein Helikopter. Oh, das scheint eine spaßige Mission zu sein. Ich geb her. Stand die nicht gerade eben noch hier? Deswegen musste ich noch mal ganz kurz raus. Ich dachte so, Moment, die stand doch gerade noch ich weiß halt nicht, was ich erst mal brauchen werde. Ich würde aber erst mal den Jeep fahren, tatsächlich. Besser ist. Weil es wird eine heikler Angesagtheit? Was? Angelegenheit. Ich hoffe, ich muss nicht die Helikopter fliegen, weil, also wenn die Steuerung genauso ist wie beim Scharfschützengewehr, ja, dann habe ich ganz großes Problem. Wenn die so ist wie beim Autofahren, na ja, auch nicht gerade das Beste, aber wir werden ja schon irgendwie hinbekommen. Glaube ich zumindest. Hoffe ich. Denke ich. Na, da sind wir schon drauf. Das Driften. Das funktioniert immer. Das Faden haben wir nicht drauf, aber das Driften, das haben wir drauf. Also die Hauptstadt. Welcher Marsch, Alter? Was seid ihr denn für welche? Was ist denn mit euch? Jetzt seht doch, dass ich angefangen komme. Wir sind die Saints. Die wird nicht gebremst. Ich bin nur gedriftet. So. Mal gucken. So, Sie sagten, Sie haben ein Plan? Ja. Ich werde alle ihre Fahrzeuge und zerstören die Forge, damit sie nicht mehr machen können. Uh, wie genau? Heute ist der erste Wednesday der Woche, Barbecue Day. Jeder wird außerhalb für Essen. Die Faktorie wird fast gesperrt. Except für die Fahrzeuge. Wir kommen in, gehen durch die Garage, torchen alles mit wheels. Du schaust uns jemanden, die versuchen uns zu verhindern. Dann, wenn wir zu der Forge kommen, ich weiß, wo sie die Oxy-Acetylene-Tanks für verhindern. Das Ding ist explosiv als F***. Du siehle sie weg, während ich die Tanks direkt nach ihren Hals. Boom! Kein mehr Forge. Verdammt. Das ist ein Plan. Das Beste ist, Sergio ist auf einer Rechnung. Nachdem er sogar über das hört, wird es zu lang. Hört sich nach dem Plan an, klar. Das Problem, das ich aber gerade habe... Wie können wir in der Scorpion-Faktorie kommen? Bei liberieren einem Helikopter aus der Arial-Gun-Range. Das was jetzt? Es ist ein Tourist-Thing. Sie rennen Helikopter mit Maschinen-Gun-Turreten, dann fliegen sie über den Desert und schießen... Ich weiß nicht, was da drin ist, um zu schießen. Das ist für f***ing reale. Ich weiß, oder? Okay, wenn ein Tourist-Assault-Helikopter mich in der Faktorie... ...was auch. Ich weiß auch einen Mann, den ich einen ausbauen könnte, aber die Räte sind ziemlich hoch. Mein Gott! Also warum steht da mein Auto? Mein Hauptauto? Will ich doch mit dem Auto gekommen bin? Hat die... Hast du entweder... Also hast du mein Auto beschlagnahmt? Kann ja auch nicht wahr sein. Frech. Absolut frech. Was? Was? Ja gut. Ja gut. Nicht weiter darüber diskutieren. Na gut. Warum habe ich die Maustaste gedrückt? Ich wollte driften. Ups. Also wir müssen also doch Helikopter fliegen oder jedenfalls einbeschaffen. Ich hoffe sieben nimmt das und ich habe hier nur die Geschütze oder irgendwie so weiter. Aber... Ich ahne Schlimmes. Ach der schöne Autowagen. Kacke ey. Da muss ich dann auch nochmal gucken, ob man das Auto irgendwie so ein bisschen aufrüsten kann. Aber ich brauche das Geld. Das Problem. Wir brauchen mehr Einkommen. Das ist das Problem. Was macht sie denn? Ach so. Ja der hat doch nichts drauf. Lass ihn in Ruhe. Was ist hier los? Ach. Ach. Ich muss fliegen. Das ist die gigante Furnace, die Los Panteros benutzen, um alle die künstlige Geräte und Waffen und Bling für ihre Fahrzeuge zu machen. Ha. Das wird Sergio auf den Knochen. Es wird mehr als das machen. Die Forge ist symbolisch. Es ist Kraft und Schutz und Haus und Herz. Oh. Ich dachte ich kann zielen. Ei. Christ. Das Ding ist für Touristen? Ja der also das für Touristen aber mal so ein Heli. Ist klar. Ich weiß ja nicht was das hier für ein Gebiet ist, aber. Da ist halt echt ganz coole Feuerkraft. Das muss man ja mal ganz kurz zu sagen. Nein. Okay wir nehmen also das ganze Ding aus und machen. Munition? Ist doch irgendwo was? Nö. Okay. Dann ist alles drauf. Oh. Heli. Abfang Heli. Nice. Gehe ich ja nicht kaputt. Ach mal ich sag mal dagegen schießen. Ah. Wir sind auf der Weg. Die haben mich getroffen. Seien es Lenkraketen? Ich fange mich gerade jetzt in das Lenkraketen. Also äh. Lenkraketen. Ja doch ja. Lenkraketen. Wärmesuchen der Raketen halt. Weil ich kann doch nicht. Das sind Wärmesuchen der Raketen. Ich verstehe. Deswegen treffe ich auch jedes Mal. Ich bin schon gewundert. Also doch irgendwas zu werden. Ok Ahja Oh Gott Oh Gott, oh Gott Landen Gut, ich hätte vielleicht Munition kaufen sollen, aber naja Da soll ich rein, hallo, hallo Ich bin fett, ich bleb doch hängen Was ist denn da los We're in Let's blow some shit up Fuck up their cars and their nothing Right? Exactly You wrecked my car, I wrecked all your fucking cars Hahaha Holy shit Kann man so schießen? Ja, die Das versteh ich halt auch nicht Ich drück nur einmal drauf und da schieß zweimal Das würde das Spiel irgendwie nicht so registrieren, dass ich halt nur einmal gedrückt hab Merkwürdig Ja 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 Nein, das ist halt nicht getroffen Doch Ja Ja Sehr schön Ja das weiß ich was ich auch vorher wollte ich wollte nämlich mein magazin vielleicht geht es sofern es geht das ist auch wieder so eine sache für sich okay er denn da ist aber noch einer hier war einer das ding aufnehmen das krieg ich natürlich wieder hin perfekt jetzt brennt die mach keinen scheiß jetzt komm her das ging jetzt aber nicht so wie gedacht damit habe ich ja ein tolles aiming möglich das ist Das wird besser sein. Komm mit mir zum Kontrollbaut. Ich werde den Krähen brauchen. Krähen? Der Plan hat nicht einen Krähen. Ich möchte einen Krähen erinnern. Auf die Konsole. Gut. Es funktioniert nicht. Du musst die Junktion-Box aktivieren. Es ist dort, neben den Oxy-Asetylen-Tankern. Nina? Was ist das Spiel hier? Keine Zeit, um es zu erklären. Du glaubst mir? Natürlich. Dann mach es. Ich weiß zwar nicht, was jetzt passiert. Aber wir jagen das Ding hoch. Das ist nicht gut. Jetzt ist es gerade gar nicht gut. Ja doch, was Munition habe ich noch? Das passt. Was ist denn hier? Was ist denn hier? Was ist denn jetzt noch alles? Ich muss mich hier um alles kümmern. Schafft ihr das Ding da rein? Oh, man. Und das? Oh. Oh, nee. Oh, fuck. Was die denn im Geflogen? Eh? Ah, verdammt. sein der brechst aua das wollte ich nicht das wollte ich auch man ein großer aufpassen weil ich habe keine energie mehr was wenn ich ein bisschen weniger rampe und mehr zielen das habe ich noch nicht mal vorher wurde ich auch gestört schon ja mach ihn jetzt Mädchen hast keine energie mehr ja gut geht wieder aber dennoch was ja genau was 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 oh 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 gott weg kann ich gar nichts machen schade ich dachte ich kann jetzt einen nahkampf machen das war fuck are you doing nina Das ist für dich, Mama. Oh, okay, dann. Was ist das? Ein Crash-Test-Truck. Du meinst ein Exit-Plan. Hast du das Auto gearbeitet? Welche Frage ist das? Schau auf meine Beine. Schon wieder? Verdammt der Kacke, ey. Ich gehe nicht woher. Warum habe ich... Ah, hier ist er. Oh. Ich glaube, ich muss dann doch ein bisschen Waffe aufrüsten, weil das geht so nicht weiter. Schön, ja, immer drauf, immer drauf, ja, ist doch gut jetzt. Kann jemand bitte umschneller machen? Ganz gemütlich erstmal hier rumlaufen, ja, na ja. Oh. 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 Wir haben jetzt einen Heli-Platz! Nice! Hier ist er! Der Heli-Platz! Verstehe! Haben wir einen Heli? Ich würde mich wundern, wenn wir... Wir haben sogar einen! Okay, okay! Ähm, was ich mal noch wollte, und zwar, dass mit der Crew... Äh, huch? Ist das hier irgendwo? Ach ja, war ja hier irgendwo bei der Bar, oder? Ja! Genau! Freunde! Äh... Na gut, na, das noch nicht! Standard! Nee! Also wenn, dann bleiben wir schon beim... Saint's Outfit! Na vor allem, wer sollte denn das machen? Also das noch weiß ich nicht! Nee, nee! Gut, die hat schon... Die ist schon voll dabei! Okay, true! Ah, da kann man jetzt nur... Aha! Okay! Kann man nur das machen! Ich dachte, man kann jetzt irgendwie noch, äh, einstellen... Irgendwie weiß ich nicht... ...Kleidung oder irgendwie sowas... Sollen sie da mitkommen? Nee! Also... Wir aktivieren mal die drei da! So klar! Tatsächlich gerne! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Ich, was denn das machen kann? Is macht mir ja Spaß! So weiß es ja nicht! Ähm... Hier haben wir was freigestellten! Aber, 25.000! Weniger Bekanntheit... Scheiße. Ich brauche ein Echtgeld. Wir müssen weiter... große Aufträge machen. 3000. Also komm nicht zu spät zum Spielabend. Ach, das geht noch nicht. Das war das mit dem Leuchtfeuer. Das müssen wir dann gegebenenfalls auch noch weitermachen. Ja, ich würde das machen. Marmite... Kartoffel... Ach, was habe ich denn für einen komischen Geschmack? Jetzt wird jeder verkehrt. Ich mag es nicht, Eli. Ja, sicherlich. Dieser Mann hat alle die Schlüsse. Ich spreche über das, was wir den Crew beteiligen. Du meinst, was wir nicht den Crew beteiligen? Bullets und 401k sind sehr günstig. Es gibt ein paar Möglichkeiten, wie wir schnell Geld bekommen. Nina kann ein paar Fahrzeuge, ich mache Hits, Kev kann eine Bakesale... Ich bin nicht sicher, ob das funktioniert. Schau, Mann. Ich weiß, dass ich normalerweise savor mache. Aber ich kann die Scheiße aus dem Macaron machen. Meerkat mich. Wenn wir unsurte, Salary Killbots haben, wir brauchen viel mehr Geld. Okay, so was? Wir robben eine Bank? Nein... Wir robben eine Train. Ich weiß nicht, woher das geht. Aber es ist mir ein bisschen dummer. Okay, wissen Sie, wie die Banken haben Federalen... für wie viel Geld sie haben. Nein. Well, sie sind. Und als die Ökonomie in Santo Ileso hat sich überrascht, sie müssen immer mehr Geld geben, um die Minimum zu bekommen. Und ich weiß, sie in die Fahrzeuge gehen. Es ist wirklich eher eine Mobilforschung. Oh, gut. Wie wissen Sie so viel über das? Sergio hat gesagt, dass sie es immer wiederholen. Aber Sie haben noch nie gemacht? Wir haben noch nie genug Fahrzeuge. Oh, mein Gott. Ich bin so dummer. Die Forge. Das ist das, was sie waren für. Oh. Oh. So the Impossible to Rob train is gonna be attacked by the Panteros as well. Cool. Look, I'm not saying it would be easy, but we have time to plan. Oh, and Kev, I'm taking your wallabies for the win. Haha. Fucking wallabies. Yes! Okay. So, it's a tough job. Let's get some extra muscle. A top tier murder machine to help me out. You have someone in mind? I do. Someone I met during my stint at Marshall. It'll be a tough sell, but I bet we can persuade him. Cool. Let's give him a call. Can't do that. Oh, why? He's being detained in a privately owned prison called The Frontier. You wanna break out the Nawali, don't you? Assuming he hasn't been extra judicially murdered by now, yes. What can go wrong? I mean, I could die. But let's be positive. Ach, du Scheiße. Do you know what's right? Coming up on the Frontier. Shit, that place is a fucking fortress. I'm gonna stay low to avoid detection. We're gonna have to find a way to do the same. You know, maybe actually be stealthy for once. Bitte? Hey, I can be stealthy. That's why I dug out my old Marshall uniform to blend in. I'm like a total stealth pro. Seriously? You used a hand grenade to open a bottle of beer. That was one time. Ach, du Scheiße. Until then...